Moin Moin Und ohne Überschlag bitte. Bist er schneller. Ja ich steh noch. Ich hab noch so hingekickt. Ich hasse immer diese Kurven ey. Hey was legst du die Poller auf der Straße? Warte auf mich. Hinter dir irgendwo. Nein die Kurve fahre ich langsam. Und fahrt bitte die Kurve die hier. Die zweite Kurve fahrt da bitte langsam durch wenn ihr die seht. Die ist ahhh scharf. Ja ich auch. Warte auf mir. Das wird geil bitte. Wer mal machen möchte dann der soll reinkommen und entweder ihr endet dem Let's Play oder Wengie Shaggy 15. Wengie Shaggy 15 bin ich nur zur Info. Und für mich hat die Runde sich erledigt. Ja du konntest auch schlechten schleidern. Wenn ihr das Video jetzt anguckt. Aber fang bitte nicht an zu lachen. Weil die Kurven sind sowas von asozial. Und für mich hat das Video jetzt anguckt. Und für mich hat das Video jetzt anguckt. Wenn ihr mitmachen wolltet edit dann den Let's Play oder mich. Das bin ich. Ich bin der Wengie Shaggy. Ja der auf dem Dach liegt. Genau. Wenn ihr mehrere Fragen habt einfach anschreiben. Bitte nix mal. Und lacht mich bitte nicht aus. Ich bin der Wengie Shaggy. Und nach dem Dach. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.